Punkt genau fiel heuer von Leichnam auf den 31. Mai, jenen Tag, wo vom Maibaum in Wiener Neudorf Abschied genommen wird. Umgesägt wurde er von Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner und Kulturgemeinderat Nikolaus Patoschka im Rahmen des 38. Familientanzfestes der Volkstanzgruppe Richard Bama. Herr Windbacher, heute ist Familientanzfest, was hat denn das für eine Tradition? Es hat eine lange Tradition. Als Familientanzfest gibt es es schon das 38. Mal, also 1981 war es das erste Mal. Davor war es, und zwar auf der Goldenen Stiege in Mödling oben, und davor war es auf der Römerwand. Das heißt, heuer ist es das 60. Tanzfest am Frontleichnamstag. Und das ist ja heuer ein besonderes Tanzfest, weil der Maibaumumschnitt fällt genau zum... Raktionsgemäß auf den letzten Maitag. Das ist ein Zufall. Manchmal ist es früher, manchmal etwas später. 30. April aufstehen, Ende Mai, 31. Mai umschneiden, also passt perfekt zusammen. Ich habe nämlich keinen richtigen Brauch gefunden für das Maibaumumschneiden. Alle wissen, welches Brauchtum beim Aufstehen da ist, aber beim Umschneiden... Wahrscheinlich hängt man sich an, aufschneiden, umschneiden, weil es so ein Festl sein. Das ist eine ganz nette Kombination hier mit der Volkstanzgruppe. Ja, also unsere Volkstanzgruppe ist, wie wir schon bei der Eröffnung gesagt haben, doch schon eine sehr alte, oder alte, mit 66 Jahren eigentlich schon eine sehr traditionelle Gruppe, die immer dieses Tanzfest machen auch. Und eben im Zuge dessen schneidet man den Maibaum. Frau Vizepilgermeister, normal sind Sie nicht so bekannt für Bäume umschneiden. Ja, doch, ich bin im Wald aufgewachsen, im Wiener Wald, also ich war aus Kien schon dabei beim Bäume umschneiden. Und wie man an der Schnittfläche sieht, meines ist sehr gut geworden. Sie sind halt beim Maibaumumschneiden ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ja, heuer hat man mir wirklich einen kleinen Keil rausgeschnitten und wir haben schon tüchtig zu tun gehabt. Wie bereitet man das vor? Im großen Ganzen ist das schlecht und einfach. Es wird abgesperrt, dann schneiden die Mitarbeiter den Baum ein und die, nachdem wer von der Politik da ist, die sehen dann weiter, bis er umfällt. Und wie weiß man, in welche Richtung der dann fällt? Da wird vorne ein Keil geschnitten und somit bestimmt man die Richtung des Baumes, wo er hinfallen soll. Das ist gut, das ist gut! Ja, super! Vielen Dank.